In unserem Kreis auch einmal begrüßen, Herr Dr. Klaus Ranzhafen, Weltgesundheitsdienst, der hier so ein ganz normaler Umfeld, der wie immer die Begutachtung, was die Gesundheit angeht, vornimmt. Er ist offizielles Gefühle für die Kommission hier natürlich in unserem Kreis. Herzlich Willkommen und vielen Dank, Herr Klaus, dass es wieder so globalisch auf dem Land und Dienststil funktioniert. Dankeschön. Klaus Ranzhafen 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.